Wamos Freunde und herzlich Willkommen zur zweiten Auslosung, da sich der Cubedays HD nicht bei uns gemeldet hat. Und wir haben jetzt auch das Ganze besprochen, wir werden jetzt noch diese Auslosung machen. Und wenn sich dann der jetzige Gewinner wieder nicht meldet, dann werden wir das einfach an jemand anderes verschenken, der sich bereit gemeldet hat, mit uns das Ganze zu spielen, also dann losen wir keinen mehr aus. Und wenn trotzdem einer von euch das vielleicht noch haben will und jetzt nicht gewinnt, der soll dann uns mal schreiben, entweder auf Steam oder auf YouTube, ist egal. Soll einfach schreiben, dass er es haben will und dann, wenn mehrere schreiben, losen wir halt dann vielleicht nochmal unter den Leuten aus, die sich dann auch sicher melden, sage ich jetzt mal. Und ja, das mit dem, dass ihr euch bei uns mal melden sollt, wenn ihr mit uns spielen wollt, weil wir dringend Leute suchen, habe ich ja letztes Mal schon gesagt, also macht das. Und dann losen wir jetzt halt mal den zweiten Gewinner aus, unter den Leuten, die noch da sind. Mal wieder der zweite Trommelwirbel bitte. Und der Gewinner ist diesmal G-Blaze. Also G-Blaze, du auch zwei Tage Zeit, dich bei uns zu melden und dann wirst du dein schönes Spielchen erhalten und dann werden wir hoffentlich bald aufnehmen können. Und dann geht es auch schon los, wir ziehen in den Krieg. Und ja, ich hoffe, dass du dich meldest, sonst müssen wir es verschenken oder unter den Leuten, die sich dann nochmal melden, sage ich mal, nochmal verlosen. Oder warte, wir machen es einfach so, ihr schreibt einfach mal zur Sicherheit unter das Video drunter, dass ihr es noch haben wollt. Also, wenn sich der G-Blaze jetzt auch nicht meldet, dann losen wir dann unter euch nochmal aus, die jetzt dann unter das Video schreiben. Und wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag. G-Blaze, herzlichen Glückwunsch und haut rein, bis zum nächsten Mal.